Brauchst du Hilfe? Moxie! Weißt du, ich hab mich gefragt, wieso bist du damals mit mir essen gegangen? Ich hatte Hunger. Ja, aber Jack, er war der Allerschlimmste. Schätzchen, hätte ich dich für Jack gehalten, hätte ich dich direkt beim Reinkommen abgeknallt. Also, äh, hab ich dich kein bisschen getäuscht? Nein, kein bisschen. Hallöchen und willkommen zurück zu Borderlands 3 The Reunion mit dem Operix. Hallo! Und dem Stormi. Hallo! Weiter geht's, wir müssen Timothy retten, der wurde entführt von Freddy. Ich bin kampfbereit. Genau, nämlich dieser fiese, fiese Freddy. Wir wussten ja, dass wir dem nicht trauen können, ne? Alle da? Alle da. Auf geht's. Du glaubst nicht, wie schnell dieser Feigling zerbrach. Zeit, mit meinem neuen Spielzeug zu spielen. Oh, was dieser Knopf wohl macht. Kernzugangsaufzug wird abgeschaltet. Verdammt, du bist fast da. Spring einfach. Äh, okay, ciao. Was soll so schief gehen? Ja, eben. Runterfallen können wir. Da, Gunloader, hallo. Granate! Ich geh dann mal. Lala, guck mal, hier ist Loot. Sind die überhaupt noch Gegner? Ich meine, Granaten sind jetzt zwar sehr stark, aber relativ eng begrenzt. Also sagst du etwas unspektakulär. Ja, ich brauch' ne neue Granaten. Da fehltst du der Woohoo-Effekt, weißt du? Ich verstehe. Hast du es überhaupt versucht? Genau. Hast du, hast du, hast du? Ah, es geht los. Aktivierung der supergeheime Loaderfabrik. Ich werde im Handumdrehen meine eigene Armee haben. Na komm, rück'n raus. Rück'n raus, ich hab' noch Pfeilstoff. Wir gehen, Kampf. Will er denn hin? Ja, oder so. Ist mein Strahl? Ja. Das muss man checklassen. Casino auf der Außenseite. Todesfabrik im Inneren. Der Typ hatte Pläne und Pläne und Pläne. Begeisteres Eventplatz und Klemmer auf der einen Seite, während die andere Seite ein Messer hält. Das Messer, das gehört jetzt mir allein. Das ist genau das, was mir Sorgen gemacht hat. Kammerjäger, wir müssen immer noch diese Geschütze abschalten. Aber du musst die Fabrik lahmlegen, wenn wir Pretty Boy aufhalten wollen. Ja, wird gemacht. Auch das Bogen. Ich wollte gerade sagen. Machen, machen. Oh, da oben ist wieder so'n Flammending. Da müssten wir mal rüber, ne? Ja. Von da oben. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Ist auch gut, ne? Ich glaube, ich habe eine Idee. Hm. So. Und dann hier oben hoch. Oh Gott, das schaffe ich doch niemals. Erstmal hier rüber. So, und dann... Oh Gott. Halt dich fest! Oh! Na gucke! Ja, nice! Boom! Ja? Tu es, tu es, tu es! Boom! Da hat sie allerdings recht. Was zieht das Thema aktiviert? Wer? Tööö. Geh mal hin. Du mich auch. Ich geh mal hier zu dem VIP-Raum. Gib mal Kohle aus, komm. Mach ich. Tja. Das hat sich ja voll gelohnt hier wieder. Hallo? Hallo. Ah, hallo, Mimik. Ach ja. Okay, ich spiele. Ich will noch ne Karte. Nein. Also ich fand ne 20 von 21 hier ziemlich nice. Ich weiß gar nicht, was er hat. Ja, er hätte ruhig mal 21 machen können. Ja, jetzt kannst du wieder bloß blaue Waffen. Äh, 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 das nächste Mal kannst du das ja machen. Ich spiele nicht. Ähm, ja, dann kannst du direkt wieder gehen. Ciao. Jetzt geht's los. Also, Opelix, verlässt du's dann ab hier? Schade. Ah, da sind ja noch welche. Mann, du hast ja Videospiele, das, 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 da werden alle so aggressiv, bösartig und so. Bin ich von Natur aus, da macht ein Videospiel auch nicht mehr viel aus. Haha. Da ist die Konstruktor. Ja, ja, gut. Der ist, der Dicke ist teilweise schon ein bisschen OP manchmal. Findest du? So ein bisschen. Also, so ein Loader-One-Shot? Hat was. Sehr, ne, Wutz. Jawoll. Ja, ja. Schon in Ordnung. Leite Energie auf die strukturelle Integrität. Okay. Was ist denn hier unten? Ich würde sagen, der Weg, den wir gehen müssen, oder? Wirklich? Ich wusste nicht, dass wir hier unten lang müssen. Das sah so interessant aus. Nö, oder, oder, ne, vielleicht dann doch nicht. Geh hier trotzdem lang. Hm. War jetzt nicht so spannend. Ich komme einfach jetzt wieder raus. Ja. Dobi, du kannst runter, du kannst du langlaufen, du kannst nicht runterfallen. Okay. Habe ich ja nicht auf meine Aufnahme gestattet. Ja, habe ich. Ich wollte dir mal sicher gehen. Ja, ja, ist gut. Ich bin froh, dass du gesagt hast, du hast es getan. Oh, guck mal, was ich getan habe. Oh, da lebe ich wieder. Ja, das ist die richtige Einstellung. Ist es das? Ist du dir da sicher? Ich glaube, hier müssen wir lang. Ja. Suboptimal. Suboptimal, sagt er. Ja. Oh ja, die Waffe ist definitiv besser. Okay. Ich habe mal meine alte, vorherige ausprobiert. Die war echt nicht so gut. Ach so. Da fehlt so ein bisschen das Ratatata-Pum-Peng, weißt du? Ja, ja. Hier gibt es ein Kraftfeld. Wie kann ich es abschalten? Der Kontrollraum ist in der Nähe. Da drin sollte es eine manuelle Abschaltung für das Fließband geben. Sollte? Weiß man aber nicht so genau, ne? Man munkelt. Ja, du weißt nicht, wie das ist mit Gerüchten und so, ne? Ja, ja. Direkt. Oh, guck mal, Jan, da ist einer hinter dir. Was? Wo? Da. Kaputt ist er jetzt. Jawohl. Haben wir schön gemacht. Nicht wahr? Oh, hier ist aber jetzt richtig Spaß. Jawohl. Dann drücke ich doch gleich mal G. Äh, einfach. Schön. Liebe geht raus an Flauschi. Ich hab die richtige Taste getroffen. Ich wollte. Aber die falsche gesagt. Also, schon nice. Ja, ja. Ist mal was anderes. Möchte es noch jemand versuchen? Schön. Oh, ja, Gegner. Ja, wo sind sie denn? Da. Da. Ich dachte, sie werde so schnell weg, dass sie gar nicht mehr, äh... Oh, das wäre auch schön gewesen. Oh, oh, ist hier mal irgendwo ein Heilungsding? Das wäre gerade echt nice. Ich bin hinter dir, ich steh hinter dir. Ja, aber ich... Ich verzweck' zwei Glühmöppchen. Ich versterb' vor dir. So, ist jetzt aus. Oh, du kleiner Bastard. Aber schon okay. Ich habe alles, was ich brauche, um dich fertig zu machen. Und dann lege ich einfach von vorne los. Deine Bemühungen sind fruchtlos. Fruchtlos. Natürlich. Geh zum Stromkabel. Ja, machen wir. Was quasi wahrscheinlich wieder auf der anderen Seite der Map ist, oder? Oh, ja, irgendwie. Aber hier sind schon wieder Gegner. Granate! Ja, haben aufgeschmissen. Schön. Lass uns das schnell machen, okay? Okay. Genau. Einer weg, der nächste weg. Wunderbar. Aua. Was ist denn hier los? Meine Granaten töten mich schon wieder. Lebst du noch? Noch, aber ich glaube nicht mehr lange. Warte, hier ist Heilung, hier ist Heilung. Tju! Alles gut. Hier geht's lang. Wer schützt, ist wie? Erstmal müssen wir die Loader hier ausschalten. Ja, ja, Abschlussprotokoll. Bin ich dabei. Oh, kaputt. Oh, ich wollte nicht G drücken. Jetzt geht es bei mir auch schon los. Jan hat mich angestrengt einfach. Oh, ich hab's dir kaputt gemacht. Juhu! Endlich! Ich hab meinen Eindruck hinterlassen. Ja, fantastisch. Ich habe dich influenced. Bin ich jetzt ein Influencer? Oh, ich bin tot. Du bist eine Influencer, ja. Ich mein die mit A. Help! Hey, A. Bin ich wieder da. Au, was war das? Wo kommt die Hände näher? Äh, äh. Ja, vielleicht. Toll, Moxi. Danke. Und sonst so? Ja. Alles easy. Kriegen wir hin. Aber das... Nee, da gibt's Kabel. Warum krieg ich das nicht kaputt? Was hast du gemacht? Ich habe hier... So einen großen Tank kaputt gemacht. Ah! Oh nein, 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 nein. Das ist schlecht, würde ich behaupten. Aber nicht mehr lange. Nein. Das erledigen wir jetzt. Was? Waka, waka. Äh, äh. Der wollte sich neben mir springen. Ja, das hätte er wohl gern gehabt. War wohl ein exzessiver Kerl. Was ist los? Nichts? Ich würde so, so, so lufthalten gerade klangst. Ach so, ja, ich bin kurz gestorben. Ach so. Aber nur so für ein paar Sekunden. Das genehmigt. Ja, ne? Das ist nur... Keiner musste mich aufheben, alles ist gut. Huch. Oh, nee, Drohne. Alter, ich sehe schon wieder nur noch die Blitze hier, ne? Ja, oben ist noch einer. Tor bei uns. Ja. der ist nur die motivation du bist besser wenn ich wenn ich sage ich komme dazu weil dann muss ich unbedingt selber töten weißt du das ist gut natürlich was ist das gut ok ja die kriegst du gleich direkt auf die mütze der konnte ja gar nichts ich habe immer noch gemacht mit der magische Hand und bin gerade erst warm geworden sobald ich das fülle Potential dieses Casinos freigeschaltet habe, sind du und deine verdammten Freunde tot du musst ihm zu schaffen Zuckerschnute, mal sehen ob wir den Strom für diese Geschütztürme abschalten können, in der Nähe ist ein Rohr das den Generator speist, jage es hoch und zwar richtig äh ok verschwinde von dort, wir müssen diesen verrückten aufhalten lass mich in Ruhe du verdammter Juppa ab das geht nicht Timothy, wir fangen gerade erst an also hör auf nicht zu wehren und he 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 komm, wir etwas entgegen nein der fällt uns nicht in den Rücken, das glaube ich nicht, das ist ein ganz lieber Kerl jetzt gibt es wieder Aktion wieder Gegner, Respawn, cool, ich freue mich nein, 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 nein hier, halt das mal kurz aber die fällt relativ schnell um das stimmt jetzt hätte ich auch bloß Devil 45 lusten ach so, ja dann bitte setzen sie jetzt ihr Evil Love auf nein, hier ist die Amber, hi bonjour, Kammerjäger bonjour komm Kammerjäger, wir werden gemeinsam eine Schneise brennen ja bitte, lass uns das tun wo denn die läuft ganz schön langsam und da kommen Gegner äh fallen aber wirklich extrem schnell um du störst mich nicht nö ja, aber das ist halt ungewohnt also ich bin jetzt nicht böse drum, aber ne, aber es ist ungewohnt sie fallen um wie die Fliegen ja, genau sie fallen um wie die Fliegen so, fällig jetzt hier ich wollte doch die Kisten hier brennen dankeschön und die auch noch oh Gott, und die auch noch oh, ich hab in meine Leiter vorbeigesprungen ah ja schön aussieht von hier oben so, ne da ist auch noch einer was soll ich nehmen das ihr jetzt befestige das an den Sicherheitstüren und wir haben einen Eingang okay, ich mache das Termit wird einige Zeit brauchen wir müssen diesen Angriff überleben ja, easy snack hinter uns, Tommy, hinter uns da müssen wir auch noch hinlaufen was ist denn das für eine Fläche ja, ne also da müssen wir schon mehr aufbieten hier, als das bisschen hier, ne achso, ein zweimal aber ich glaube, mehr haben die nicht auch hier das fühlte ich langweilig da kann ich ja shoppen gehen zwischendurch ja hoppala und jetzt? ach, da kommen die Nächsten Banate hier, ein bisschen F F für festhalten ah oh, jedes Mal erschrecke ich mich vor diesen scheiß Mimikautomaten ähm ähm, warum? ich glaube, ich bin wieder in eine Granate vor mir reingelaufen oder so ich bin mir ganz sicher egal, die macht so viel Spaß ich will die nicht wechseln so, überlebe was denn? es ist nichts mehr los hier wir haben überlebt warte mal hier liegt ein Ecolog du weißt, wie man einen Auftritt hinlegt jetzt geh, du Künstler des Chaos und der Flammen zum Turm halte Pretty Boy auf rette Timothy das Tritanium wird durch das Ultraterramit geschwächt man kann durchschlagen wie eine Diamantpaus durch ein Gesicht auf dem Blümchen äh, so wir haben hier die Berichte zu den Casino-Einnahmen die Sie sehen wollten oh mein Gott seht euch dieses Schnuckechen mal an ist das nicht eine Zuckerschnute? oh mein Gott ich kann einfach nicht aufhören über dieses Gesicht zu lachen komm her hey, du hübscher Pretty Boy, komm her du arbeitest ab sofort für mich du kriegst ein schönes Platz hier im Turm als Äffchen, oder? oh als Hofner äh, Sir ich glaube eigentlich nicht äh, hey das war kein freundliches Angebot, Pretty Boy du, äh du gehst so oder so in den Turm verstehst du? äh, ja äh, ja, Sir äh, äh ähm spitze wir haben einen Deal ha 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 oh mein Gott dieses Gesicht ist einfach ich halte es nicht aus unbezahlbar du kannst den Fortschritt nicht aufhören Kameleger jetzt da ich Tivos magische Hand habe werde ich den Laden aufräumen angefangen bei dir der Aufzug ist voraus aber Pretty Boy wird nicht so einfach aufgeben auch wenn er sich noch wünschen wird dass er was getan hätte ja gut oh hier sind nochmal Automation falls einer Monie auffüllen muss oder so Ekolog was für ein Tag es ist echt anstrengend wenn man stundenlang so heiß aussehen muss wisst ihr oh, äh, Pretty Boy oh, ähm, äh, Sir äh, eigentlich heiße ich, ähm oh Gott, diese Visage daran werde ich mich niemals satt sehen sieht aus, als hätte jemand den Brüll-Aften mit einem Baseball-Schläger vermöbelt okay, Pretty Boy, sag was witziges ich, ähm, soll einen Witz erzählen ähm, Sir ja, ich bin es verdammt nochmal leid für diese Idioten zu lächeln ich will zur Abwechslung mal für mich schmunzeln weißt du, was ich meine? ja, sagst du jetzt was witziges, Pretty Boy oder muss ich dich loswerden und jemanden suchen, der mich amüsiert oh, ich hätte gerne gewusst ob er was witziges gesagt hat aber scheinbar nicht ist das so? so, wo ist die Action? hier level 54 dankeschön da hinten habe ich es gesehen ist, glaube ich, nochmal so ein Paket von der Ember aber ich dachte, vielleicht erst Gegner-Platt machen wäre smart ja, ja, Gegner-Platt machen wir aber smart ich mag es Gegner-Platt wo sind die Gegner? ah da ja ich mag die Loader weil sie so schnell zu pläten sind sichere die Lobby ja, vor wem denn? wo ist denn hier noch jemand? na, hier steht noch einer rum ach so Freddy, du großartiger Bastard geh da runter und halte den verdammten Kammerjäger auf bin dran nimm das nicht persönlich, wenn ich dich töte, Kammerjäger aber es ist so, wie ich es dir schon gesagt habe die Bots sind meine Kumpel und ich habe jetzt eine Menge Kumpel es ist du oh Gott oh, okay ja, fantastisch ich komme schon Petunia ich drückte mal F ja mag ich jetzt auch guck mal also einer der beiden ist schon mal weg ja, Petunia so, wo ist Freddy? ich habe dich gerade für Loader gehalten mit deinem komischen naja excuse me excuse you ja, und? hast du was gegen Loader? die ist scheinbar nichts, was wirft die kommen einfach immer wieder hol da hin Freddy, da jetzt reicht's jetzt reicht's oh nein jetzt halte ich da hinten irgendeinen fest wo ist er? hier unten tot so, genau wir IP-Raum da ist noch was vom Tork und von Emma haben wir noch was auf der einen Seite macht das Anspringsatz weniger auf der Welt auf der anderen Seite bin ich so aus der Aftung raus und kann mir scheiße sprengen ach, guck mal ich sehe es warte mal ach da so hier hoch und dann jawoll hast du's sehr schön ja jetzt mach bumm congratulation tu es tu es, tu es ja, bitte gerne können wir jetzt Pretty Boy auf die Nase auen? ja bitte lass uns das tun gut lass uns Pretty Boy verauen ja viel Glück, Schätzchen geh da rauf und tritt ihm in den Arsch ja aber was heißt geh da rauf wo, rauf komm her hier, Aufzug komm, komm, komm ja, 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 jetzt hab ich verstanden ja lass mich jetzt was gut leben, Capriera dass dein Glück nicht vertreten geht hat Glück macht man sich selbst das weiß ich von Jack ich dachte, in diesem Punkt festzusitzen wäre ein Fluch aber hey jetzt mit Timothy fangen die Tickle an sich zu ändern ich werde nur zuerst dein Schiff zerstören und dann baue ich den du Klauber um die Renovierung abzuschließen ja, ja, ich hab auch viel zu tun let's go jawohl ja dann und da geht's wuhu let's go oh 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 Kamerjäger, du bist gekommen ich sitz hier echt in der Scheiße, also also möchte ich dich bitten jetzt nicht drauf zu gehen, ja? Hehehe Checkpoint nun na dann äh kann der mal mit seinen Laserstrahlen aufhören? Der fällt relativ schnell um. Äh. Ich brauch Heilung. Au. Echt jetzt? Der repariert jetzt seinen Bot? Bravo. Ja. Aber mir erschließt sich der Sinn des Ganzen gerade noch nicht so ganz. Den hat Jack doch bestimmt damals für sich selber gebaut. Warum sollte er sich selbst Reparaturgebühren? Weißt du? So. Es ist Jack. Ja, eben. Und der war alles, aber nicht dumm. Und das... Ja, ich verstehe das einfach nicht. Hahaha. Kacke. Kacke, kacke. Kacke, kacke. Oh. Der frissiert hat uns Luxabstahl mit ultrahohen Zinsen. Alter, ist auch egal. Ich zahle sowieso alles zurück. Überfällige Zahlung wird eingezogen. Was ist das? Nagel? Ich hasse Nagel. Aktiviere blutgekühlten Modus. Blutgekühlten Modus. Ey, sag mal. Oh, jetzt hab ich aber hier... Das muss ich nochmal kurz hier... Oh, 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 oh. Ja. Komm hinter. Ich hab Schubschlammatik. Oh. Das Schlimme ist, ich hänge hinter der Tür fest. Ja. Gut. Power. Kaputt. Aber findet ihr nicht auch, dass das voll die verschwendete Möglichkeit war, den Jackpot zu nennen und nicht Jackpot? Ja. Oh ja. Oh ja. Operation Schein auf alle, ich bin reich. Aktiviert. Starte Trenwerke. Kammerjäger, das Casino hat angefangen sich zu bewegen. Ich kann es von der Sanctuary aus sehen. Oh, verdammter Mist. Er hat das ganze Casino in das Gravitationsfeld des schwarzen Lochs geschickt. Wir werden gleich alle Hackfleisch sein. Kammerjäger, Jacks Steuerkonsole ist da drüben. Du musst das Protokoll überschreiben. Natürlich, klar. Ja, gut, klar. Ja. Fehler. Glückshandfreigabestufe erforderlich um die Trinwerke. Nein, 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 nein. Kammerjäger, komm und hol mich aus dieser Zelle raus. Schnell. Ja, wie denn? Ah. Notfallprotokolle aktiv. Zugriff verweigert. Mist, Mist, Mist. Boah, ich kann das Tren nicht erreichen, ohne in Stücke geschnitten zu werden. Verdammte Axt. Das ist ein echter Jackpot. Ah. Nee, guck im Ereignis-Horizont. Timothy, mach was. Okay, äh, Kammerjäger, geh. Geh. Geh einfach. Ich, ich. Ich werde diesen Ort wohl eh nie verlassen können. Also, tut mir ehrlich leid, Moxie. Es gibt wohl kein zweites Recht. Nein, nein. Timothy, ich hätte dich nicht abschreiben sollen. Wir lassen dich nicht zurück. Ich lasse Jack nicht gewinnen. Moxie hat recht. Wir stecken gemeinsam hier drin. Okay, äh, warte, 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 warte. Ich, 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 äh, hab eine Idee. Ich, äh, brauch nur eine Sekunde. Mhm. Das könnte jetzt wirklich toh unend werden. Am besten die Ohren zu halten. Heiliger Schein. Oh mein Gott. Oh, du genialer Trottel. Kammerjäger, nimm die Hand. Klar. Ich schüttle dir die Hand, Kumpel. Ja, ah, es müsste klappen. Bring es einfach zur Konsolenkette auf. Mach. Mach doch schon. Ressensfreigabe bestell nicht. Scheiß auf alle, ich bin reich. Protokoll abgebrochen. Oh ja, das ist großartig. Und jetzt werde ich, ich werde mal eben, unmöglich. Keine Sorge, Tim. Maxi holt dich ab. Wo ist sie? Oh. Brauchst du Hilfe? Moxie? Weißt du, ich hab mich gefragt, wieso bist du damals mit mir essen gegangen? Ich hatte Hunger. Ja, aber Jack, er war der allerschlimmste. Schätzchen. Hätte ich dich für Jack gehalten, hätte ich dich direkt beim Reinkommen abgeknallt. Also, äh, hab ich dich kein bisschen getäuscht? Nein, kein bisschen. Nein, kein bisschen. Nein, kein bisschen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Tja, dann hätten wir das erste DLC damit auch beendet. Sind wir gut oder sind wir gut? Oh, wir sind sowas von gut. Ja, hervorragend. Nice. Oh man, nicht wieder Credits. Ja, ich wollte gerade sagen, da haben wir schon wieder Credits. Scheiße. Yay, Credits vorspulen. Nee. Ich fand das DLC toll. Ich hab schon gehört, dass manche davon nicht so begeistert sind, aber ich weiß nicht, mir hat das echt Spaß gemacht. Aber wir waren extrem schnell im DLC, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ich mochte auch die Charaktere und, weiß ich nicht, den Vibe von dem Ganzen. Ja. Ich mochte den Loot. Es gab an jeder Ecke Geld, also, Entschuldigung. Es gibt Loot. Schön war's. Ja. Definitiv. Auf zum nächsten. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, ob nach den Credits noch was kommt. Ich würde jetzt erst mal, äh, euch mit den Credits alleine lassen und sag entweder bis zur nächsten Folge oder bis nach den Credits. Das weiß ich halt wieder nicht, ne? Also, äh, ja. Tschüss und bis gleich. Tududu. Bis dann. Ich hab ihn im Visier. Gib das Zeichen. Nein, ich warte auf Stormy. Ja, ich beobachte ihn. Nein, ich schau wieder. Tadam. Also, ich warte dann mal auf Stormy, ne? Und du so. Du ahn mich.